Buckto der Salige. Die Geschichte des letzten Monarchen von Schwanewede. Episode 1. Die Proklamation. Oder ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Als in Schwanewede die Lichter ausgingen, entschied der kleine Mann, als er des Nachts mit seinem Hund die unbeleuchteten Straßen entlang stolperte, die Zeiten seien nun ungewöhnlich genug, ungewöhnliche Maßnahmen zu rechtfertigen. Nun ist der kleine Mann auf der Straße an sich keine ernstzunehmende Größe, doch teilte er seinen Unmut mit vielen anderen kleinen Männern und Frauen, die es ebenfalls satt hatten, im Schein einer Stirnlampe ihre Vierbeiner deren Notdurft verrichten lassen zu müssen. Hinzu kamen diejenigen, die in die Hinterlassenschaften jener Hunde getreten waren, deren Besitzer keine Stirnlampen trugen, oder denen es schlicht egal war, wem das Häufchen zur Last fallen würde, was auch vorher schon der Fall war, im Lichte der vorherrschenden Lichtverhältnisse jedoch Dimensionen annahmen, die ungewöhnliche Maßnahmen geradezu zwingend erschienen ließen. Schon bald waren große Teile der Bevölkerung dieser Ansicht, die Verkäufer von Stirnlampen mal ausgenommen. Nun ist es dem kleinen Mann zu eigen, seinen gesellschaftlichen Beitrag darin begrenzt zu sehen, andere aus dem Stande des kleinen Mannes empor zu wählen, um ihnen, bevorzugt in der Anonymität des Internets oder im Rahmen von Tresengesprächen, die Schuld für alle Missgeschicke, die ihm widerfahren, zuzuschieben und oder zu behaupten, es viel besser machen zu können, worauf er sich die Frage gefallen lassen muss, warum er sich nicht selbst zur Wahl gestellt habe, was wiederum eine beliebte Abwehrstrategie der Gewählten, aber ein fadenscheiniges Argument ist. Der kleine Mann mag zwar klein sein, bescheuert ist er deswegen noch lange nicht. Im Sommer war das alles noch zu verschmerzen. Die Nächte waren kurz, Holzkohle reichlich vorhanden und auch die Brauereien noch in der Lage, ausreichend für Nachschub zu sorgen. Solange es möglich war, im Schein des glimmenden Grills leicht angesoffen im Garten zu sitzen, ließ sich des Volkes Zorn im Zaum erhalten. Nur nahte der Herbst, der heiß zu werden versprach, dem ein Winter sozialer Kälte und, wie zu befürchten war, brennender Papiertüten gefüllt mit Hundekot folgen würde. Dem Gemeinderat und der ihm vorstehenden Bürgermeisterin wurde lautstark zu verstehen gegeben, dass sie sich etwas zu überlegen hätten, und so kamen sie zu einer geheimen und nicht öffentlichen Sondersitzung zusammen, um sich etwas zu überlegen. Es war August. Die Gemüter ebenso erhitzt wie die Luft im nicht-klimatisierten Sitzungssaal. Man traute sich nicht einmal, die Fenster zu öffnen, in banger Erwartung, jemand von der Lokalpresse könnte in den Büschen vor dem Rathaus auf eine Sensationsmeldung lauernd auf der Lauer liegen. Eine unbegründete Furcht, da sich die Pressevertreter auf denselben Inseln aufhielten, von denen aus knapp die Hälfte der Ratsmitglieder per Videokonferenz an der Versammlung teilnahmen. Die Füße im Sand steckend, blickten sie mit ernster Miene von ihren Bildschirmen ins Rund, gelegentlich den Kopf senkend, um unauffällig durch einen Strohhalm hochprozentiges aus einer Kokosnuss zu saugen. Nachdem recht schnell klar war, dass niemand einen konkreten Vorschlag vorzuweisen hatte, um die Situation zur Zufriedenheit aller zu lösen, ging man dazu über, zu beratschlagen, wie man sich stattdessen am besten herauswinden könnte. Auf Landes- oder Bundesebene zu verweisen, hatte keinen Sinn, da dort dieselben Parteien vertreten waren und es schon früher nicht glückte, das Volk davon zu überzeugen, man habe mit denen nichts zu tun. Über kurz oder lang tauchte immer ein Foto auf, das jemanden in traulicher Zweisamkeit mit einem Minister- oder Generalsekretär zeigte. Die da oben, das waren sie nun selbst. Man musste sich etwas anderes einfallen lassen. Inzwischen standen die Kornflaschen auf dem Tisch und die Zugeschalteten brauchten ihre Drinks nicht mehr verstohlen auf den Knien balancieren, was inzwischen ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre. Sämtliche Flaschen inklusive der stillen Reserven aus den Schubladen des Ordnungsamtes waren geleert und man begann abzuschätzen, wer noch in der Lage sei, zur Tanke zu fahren, um Nachschub zu holen. Da platzte aus einem bis dahin kaum beachteten Hinterbänkler eine Idee heraus, die alle Anwesenden schlagartig verstummen ließ. Nur aus einem der Laptops war ein blubberndes Schlürfgeräusch zu vernehmen, als der junge Demokrat, ob christlich, sozial oder liberal, lass sich aus Gründen der Pietät offen, seinen Vorschlag wiederholte. Wir führen die Monarchie wieder ein. Der Plan war ebenso genial wie absurd. Die Menschen liebten Monarchen und konnten ihnen so gut wie gar nichts übel nehmen. Wer von Gottes Gnaden im Amt saß, genoss Respekt, Ansehen und Wohlwollen. Darüber hinaus lenkten sie bei Bedarf mit ihren privaten Ausschweifungen verlässlich von Verfehlungen der Regierung ab, also genau das, was gerade gebraucht wurde. Eine Woge der Begeisterung schwappte durch den Raum, riss Damen, Herren und politische Überzeugungen davon. Fraktionen entgegengesetzter Lager lagen sich in den Armen einige waren drauf und dran, sich ihrer Kleidung zu entledigen. In diesem Tumult blieben die Kassandra-Rufe eines höheren Beamten lange ungehört. Sein Versuch, durch lautes Händeklatschen auf sich aufmerksam zu machen, wurde zum Anlass genommen, in rhythmisches Trommeln auf allen denkbaren Oberflächen zu verfallen, sodass besagtem Herren als letztes Mittel in den Sinn kam, das Saarlicht zu löschen. Kurz darauf brach vereinzelt Panik aus. Scheiße, doch nicht auch bei uns! Das Gesicht, vom Display seines Mobiltelefons angestrahlt, stand der Staatsdiener nun in der Mitte des Raumes und hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Meine lieben Ratsheerinnen und Ratsheerinnen, verehrte Bürgermeisterin, begann er seine Ansprache. Ich kann Ihre Begeisterung nachvollziehen, doch bitte ich Sie zu bedenken, dass sich ein solches Vorhaben nicht in die Tat umsetzen lassen wird. Er hob zu einem Vortrag über Rechtsstaatlichkeit und Grundgesetz an, der aber in den Buh-Rufen und umherfliegenden leeren Flaschen und Gläsern unterging. Als jemand den Lichtschalter gefunden hatte und die Deckenleuchten aufglimmten, fand er sich mit Mikrofonkabeln gefesselt und seinem eigenen Schlips geknebelt beuchlings auf dem Boden wieder. Nur mit Mühe konnten einige Abgeordnete davon abgehalten werden, ihn aus dem Fenster zu werfen. Der stellvertretende Bürgermeister ergriff nun das Wort. Ich bitte Sie. Wir können das gewiss wie zivilisierte Menschen regeln. Die Bedenken des hochgeschätzten Kollegen sind nicht ganz unbegründet, aber für solche Fälle hatten wir schon immer ein probates Mittel. So wurde noch in derselben Nacht ein Arbeitskreis gegründet und die Anwälte aus dem Bett geklingelt. Der Arbeitskreis verlor sich während seiner ersten Sitzung in diversen Sackgassen. So wurde die Idee, von den Schützen nach der Besetzung des Rathauses den Schlüssel einfach nicht mehr zurückzufordern und den amtierenden Schützenkönig zum Herrscher zu erklären, sehr schnell verworfen. Hauptsächlich war das Schützenfest gerade vorbei und einen hölzernen Vogel entzweit zu schießen noch nie als Legitimation der Krone anerkannt worden war. Ein Wunder wäre noch in Frage gekommen und auch, wenn es mitunter an ein solches grenzt, dass beim Ballern auf den Königsadler unter massivem Alkoholeinfluss selten jemand zu Schaden kommt und gelegentlich sogar getroffen wird, erachtete man nicht als hinreichend vertretbar. Menschen mit Adelstitel klammerte man direkt aus. Jemanden, dessen Familie über Jahrhunderte nicht über den Mittelstand der Aristokratie hinausgekommen war, konnte man sich beim besten Willen nicht auf dem Throne vorstellen, mochte das blaue Blut noch so sehr kochen und schäumen. Erbrecht schien allerdings der einzig gangbare Weg und so konzentrierten sich die Bemühungen in diese Richtung, bis eines Morgens die Wartenden vor dem Einwohnermeldeamt durch einen Jubelschrei aufgeschreckt und kurz darauf mit einer aus dem Archivkeller stürmenden Gestalt konfrontiert wurden, die in den dürren Fingern ein vergelbtes Pergament haltend und über das ganze von Lichtmangel ergraute Gesicht strahlend den Flur entlang lief und immer wieder vor Freude die Hacken in der Luft zusammenschlug. Besagtes Pergament berichtete von meinem Urahn, der mir bislang selber unbekannt war, jedoch vor etwa 400 Jahren in Schwanewede für kurze Zeit seine Zelte aufgeschlagen hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es handelte sich bei ihm um einen vagabundierenden Gaukler, der zu etwas Geld gekommen war und dieses in einem Anfall von Wahnsinn oder Genialität, da sind sich die Geschichtsschreiber uneins, in zahlreiche Lokalrunden auf dem Erntedankfest investierte. In einem weiteren Anfall von Wahnsinn, Genialität oder auch nur aus einer Schnapslaune heraus, ließ er sich zu fortgeschrittener Stunde von der begeisterten Menge zum König ausrufen. Da der Bürgermeister bereits unter den Tisch gesunken und auch kein weiterer Amtsträger mehr zum Protest in der Lage war, wurde eine, wenn auch etwas krakelig dahingeschmierte, aber den damaligen Gesetzen und Statuten entsprechende und von der Mehrheit der Bevölkerung, so um die zwölf Bauern und deren Gesinde, unterzeichnete Urkunde aufgesetzt, die zu guter Letzt sogar den Segen des Pastors erhielt und somit als gültig anzusehen war. In der am Morgen folgenden Katerstimmung und der einhergehenden Reue wollte man den Beschluss schnell wieder rückgängig machen, aber da war mein Vorfahre bereits weitergezogen und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Man beschloss, über diese peinliche Episode den Mantel des Schweigens zu decken. Jedoch brachte niemand es übers Herz, das wertvolle Pergament verschwendet zu wissen und entschied sich, es einem mittelmäßig begabten Künstler zum Kauf anzubieten, der die Rückseite mit einem Porträt des Bürgermeisters in unvorteilhafter Pose bemalte, weswegen es, statt in einer der Amtsstuben eine Wand zu zieren, sein Dasein im staubigen Keller fristete, wo es an jenem Morgen wiederentdeckt wurde. Der Rest war Formsache und eine Aufgabe für die Verwaltung. Der Arbeitskreis löste sich auf in der Gewissheit, nie wieder mit einem solchen Unfug seine Zeit verschwenden zu müssen. In einer letzten nächtlichen Sitzung wurde ein Schreiben aufgesetzt, das mir direkt im Anschluss im Morgengrauen zugestellt werden sollte. Unglücklicherweise befand ich mich zu dem Zeitpunkt, da die Schergen an meine Tür klopften, wie üblich zur morgendlichen Ertüchtigung im Schwimmbad. Solch einen durchtrainierten Körper erhält man nicht zum Geschenk. Und als die Gemeindevertreter verstohlen durch die Fenster meiner Behausung späten, war ich gerade dem eisigen Wasser entstiegen und stand, ein Handtuch um die Schultern geworfen, vor dem Spiegel der Umkleide und betrachtete im Schein meiner Stirnlampe, wie meine akzentuierten Brustmuskeln ein Ballett zu dem Takt von »For he's a jolly good fellow« aufführten. Enttäuscht, mich nicht angetroffen zu haben, schlug man die Mitteilung meiner bevorstehenden Krönung mittels eines zölligen Nagels an meinen Briefkasten, während ich mich auf mein Fahrrad schwang, um den 25 Kilometer langen Weg zu meiner Arbeitsstätte anzutreten. Zum letzten Mal, wie ich es später erfahren sollte. Gegen Mittag erreichte ein reitender Bote den Betrieb, in dem ich meine bescheidenen Dienste verrichtete, und überreichte meinem verdutzten Chef ein hochoffizielles Schreiben, in dem er aufgefordert wurde, mich unverzüglich meiner Verpflichtungen zu entbinden. Zunächst konnte ich mir keinen Reim darauf machen, als er an meinen Schreibtisch trat und verkündete, ich möge mich bitte mit meinen persönlichen Sachen vom Gelände entfernen. Die Verwaltung meines Wohnortes hätte unseren Arbeitsvertrag annullieren lassen. Mehr war nicht aus ihm herauszuholen, aber er schien nicht sonderlich unglücklich zu sein. Sagen wir mal so, um Geld brauchten wir uns zukünftig beide keine Sorgen mehr zu machen. Wie bereits erwähnt, war ich noch vollkommen ahnungslos, als ich eine halbe Stunde später mit quietschenden Reifen den Drahtesel vor meinem in der Mitte gespaltenen Briefkasten zum Stehen brachte. Aus dem daumendicken Riss ragte ein Nagel hervor, an dem ein mit Kaffee befleckter Brief hing, in dem sinngemäß stand, Du bist unser neuer König, finde dich damit ab. Proklamation, Krönung und der ganze Tamtam würde zur elften Stunde am elften Tage des elften Monats stattfinden, und zwar auf dem Marktplatz, wo sich oberhalb des Eisenbahnhandels der einzige für diesen Zweck als brauchbar erachtete Turm der Gemeinde befand, von dem aus der Beginn meiner Herrschaft verkündet werden sollte. Der Termin war auf drängendes Hofdichters gewählt worden, da man für diesen Tag starken Wind vorausgesagt hatte und Sturm der einzige Reim war, der ihm auf Turm einfallen wollte. Dass er sein Amt nicht lange inne hatte, ist eine andere Geschichte und soll später erzählt werden. Trotz meiner stabilen mentalen Verfassung wühlten mich diese Neuigkeiten merklich auf und ich absolvierte einen Ultramarathon, um meine Nerven etwas zu beruhigen. Vorab waren noch einige Details zu klären. Meinen bürgerlichen Namen musste ich selbstverständlich ablegen. Jener Vorfahre, dessen Engagement ich mein Amt verdankte, war unter dem Namen Bugdo bekannt, hatte es damals jedoch versäumt, sich einen Namenszusatz zu geben. Dieses wollte ich von vornherein vermeiden. Der Große, der Schreckliche und auch der Bluter waren bereits vergeben, doch entsann ich mich, in der Vergangenheit von einigen Damen als lecker Schnittchen tituliert worden zu sein. Daher sollte mein Name Bugdo der Sahnige lauten. Das hatte Stil, Klasse und erschien mir durchaus passend. Auch konnte ich unmöglich weiterhin in meiner bescheidenen Behausung residieren. Kurzerhand wurde der Besitzer des Gutes Hohe Horst enteignet und mit Sack und Pack auf die Straße geworfen. Bei dieser Gelegenheit ließ man auch gleich Umzäunung und Tore einreißen und den Park für alle zugänglich machen. Mit diesem raffinierten Schachzug hatte ich schon vor Amtsantritt die Sympathien fast aller Bürger auf meiner Seite. Am 11. November war um 10 Uhr nur eine überschaubare Menge auf dem Marktplatz versammelt und auch der Gemeinderat nur zur Hälfte vertreten. Der Grund hierfür war nicht berufliche Unabkömmlichkeit, sondern das Unvermögen zu begreifen, dass die elfte Stunde nicht um elf beginnt. Es ist meiner guten Laune und grenzenlosen Gnade zu verdanken, dass das Verhalten dieser Heiopies keine schwerwiegenden Konsequenzen hatte. Da ausreichend Publikum anwesend war, um für die Presse ein repräsentatives Foto zu inszenieren, schickten wir den Herold pünktlich auf den Turm, um seine Ansprache zu halten. Es handelte sich bei ihm um einen unscheinbaren Mitarbeiter der Verwaltung mit einer noch unscheinbareren Erscheinung, der aber über eine Stimmgewalt verfügte, die mich schon bei unserer ersten Begegnung davon überzeugte, dass er über das nötige Potenzial verfügte, zu verkünden, was ich Wichtiges zu verkünden habe und auch um den Beginn des neuen Zeitalters auszurufen. Es erstaunt mich immer wieder, welch Donnergrollen dieser schmächtige Körper zu erzeugen in der Lage ist. So auch in dem Moment, als er bei strahlendem Sonnenschein und absoluter Windstille am geöffneten Fenster des Turmes stehend die Menschen wissen ließ, wem sie ab sofort zu huldigen, sowie Treue, Hingabe und absoluten Gehorsam zu schwören hätten. Ich lauschte ihm und dem ehrfurchtsvollen Schweigen des Publikums von einem Tennisschiedsrichterstuhl aus, den man in Ermangelung eines transportablen Thrones für mich bereitgestellt und von den Landfrauen hat festlich schmücken lassen. Als der Herold geendet und der Jubel einigermaßen verklungen war, begab ich mich in meine eilig zusammengeschreinerte Sänfte, um von eifrigen Untertanen zu meinem Herrschaftssitz befördert zu werden. Nach und nach gelang es ihnen, sich ohne viel Zankerei und lästige Unterbrechungen der Reise beim Tragen abzuwechseln, schließlich wollte jeder, dass ihm die Ehre zuteil wird, mich auf seinen Schultern zu tragen, sodass ich kaum schimpfen musste und wir in annehmbarer Zeit, die ich für ein kleines Snickerchen nutzte, unser Ziel erreichten. Das geplante Festbankett im großen Saal ließ sich aufgrund der günstigen Bitterungsverhältnisse auf die Terrasse verlegen und zog mich selber unter dem Vorwand, mich von den Strapazen erholen zu müssen, in meine Gemächer zurück. Eigentlich wollte ich dieses niedrige Volk einfach nur aus dem Haus haben. So gerne ich bislang an Feierlichkeiten aller Art teilgenommen hatte, geziemte es sich nun nicht mehr, mich mit dem Pöbel zu umgeben. Der Starke ist am mächtigsten allein, wählte ich mir als Motto und ließ es tags drauf in meine königliche Unterwäsche stecken. Mit dieser und anderen wichtigen Entscheidungen verbrachte ich den Abend an meinem obszönen großen Eichenholz-Schreibtisch. In Schwanewede sollte von nun an einiges anders laufen, doch davon werde ich euch in der nächsten Episode berichten. Untertitelung des ZDF, 2020